Und es ist schon der siebzehnte Tag. Heute gibt es Wurmfutter. Ich habe mich mal erkundigt, wie ich das Sammeln abbrechen kann. Und es ist die Ruftaste, wo man die Piknen quasi ruft. Ich war kurz davor, sogar Pokémon zu sagen, weil ich es gerade aktuell auch Pokémon X und Y spiele. Also nur Y. Beide Titel konnte ich mir leider nicht leisten. Und ich hoffe, das passiert mir nicht ständig beim Let's Play. Kommt her, meine Pokémon! So. Also ich würde mir jetzt eine schlagkräftige rote Armee mitnehmen. Ich nehme mich das, was ich brauche, die rote Armee. Und dann würde ich den Würmchen mal gewaltig ins Fressbrett latschen. Ja, da haben wir auch schon das erste Problem, was ich gesagt hatte. Dass es leider so ist... Soll ich mal ein paar von den Führern hier lassen? Dass das Problem herrscht... Ich lasse mal einen anderen Führer hier. Dass die anderen Pikmin immer noch eingebuddelt sind beim Endgegner. Und ich quasi jetzt nur mit 68 ins Rennen gehe. Und ein weiteres Problem ist, wenn ich die versuche raus zu pflücken, kriege ich ja wieder aus dem Maul. Es wird also keine leichte Nummer. Ich hoffe trotzdem, dass ich das Würmchen mal gewaltig verprügeln kann. Beziehungsweise ein paar von meinen alten Pikmin retten. Dann war der Tag hier vielleicht doch nicht ganz im Neuen. Ach, ne, jetzt habe ich geschüttelt. Aha. Ne, ich wollte nicht wechseln. Nein. Ist ein bisschen ungünstig gelungen. Dass das Schütteln auch gleich heißt, dass man die Pokémon... Äh, da ist es schon passiert. Das, was ich nicht machen wollte. Dass man beim Schütteln schon die ganzen Pikmin los wird. Habe ich jetzt alle wieder drin? 31 von 31. Hä? Kommt ihr jetzt mal mit? Alter, das ist eine totale Arbeitsverweigerung. Ich kann ihn nicht wirklich anvisieren. Komm, 63 haben wir gehabt. Yeah, 64. Und sogar noch mehr. Da hinten blinken doch noch welche unaktiv. 68 war es. Jetzt komm her. So, wieder schön viel Zeit verschwendet. Sehr gut. Nein, warum schüttelt der denn? Ich werde wahnsinnig. Alter, 68. Und jetzt ganz ruhig, liebes Gamepad. Mann, kann man das nicht irgendwie ausstellen? So. Ist der schon aktiv? Der ist schon aktiv. Ich habe gehofft, ich kann meinen letzten Pikmin da noch rausholen. Aber hat sich was. Gut, da ich ja jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich mal versuchen, die rauszuholen. Und wieder fliehen. Erstmal probieren, die Biegen rauszuholen. Gut. Ja, das Mürnchen wird jetzt nicht gleich Vollgas geben. Hoffe ich zumindest mal. Und dann sollte man eigentlich kriegen. Ich bin trotzdem feige. Ich will erstmal meine ganzen Armee zusammenkriegen. Das muss man verstehen. Umso mehr Schlagkraft habe ich. Und außerdem kann ich nicht akzeptieren, dass die gefressen werden. Das geht einfach nicht. 82. Und mach den. Mach den. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Erstmal die Armee zusammenkreißen. Dann holen wir das Motivationsspray rein. Davon haben wir ja auch noch 6 Ladungen. Und dann gibt es echt Wurmfutter. Ah, weg, 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 weg. Nice. Eins. Sollten wir doch jetzt eigentlich alle haben. 100. Jawohl. Da ist die Ausweichrolle. Und Motivationsspray. Jetzt geht es ordentlich rund. Habe ich vielleicht den falschen Zeitpunkt gemacht. Jetzt wo er gerade seinen Krater macht. Aber auch die Ausweichrolle ist ein guter Faktor, den wir mal nutzen werden. 100 sind im Feld, 100 sind beim Führer. Und davon 95 Bote. Äh, Anführer. Natürlich. Führer klingt ja gleich schon wieder. Aber ganz schlecht klingt das. So. Das war nichts, mein Freund. Gleich gebaut, ob du dir jemand anders verarschen kannst. Ah, das war zu farbisch. Minimal. Minimale Verluste an Pigment, an eingefransten. Ja, kommt schon. Nicht herumstehen, Jungs. Ich wollte nicht wegschleudern. Da sammelt er aber ausnahmsweise nicht automatisch. Okay, wenn man den Endgänger scheinbar einmal durchschauen hat, ist er gar nicht mal so schwer. Das Dumme ist, irgendwo muss noch ein Pigment sein, den ich jetzt nicht mehr sehe. Aber dafür haben sie alle Blüte. Das ist ja mal fantastisch. Wahrscheinlich wird es noch kurz mal in der Erde rumgehangen haben. Oder warst du das Motivationen spielen? Ich kann es gerade gar nicht sagen. Na, komm schon, wir umgehen. Schön sammeln, dass alle auf dem Haufen sind. Können sie besser ausweichen? Jawohl. Nicht an den Schmeißen. Müssen wir da ran, merke ich gerade. Sammeln, Jungs. Habe ich denen wieder ein bisschen Schaden zugefügt? Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich war ein bisschen zu weit weg. Komm her, mein liebes Hörnchen. So. Wo ist er denn hin? Schade. Ich bin ja nicht. Na bitte. Gebt die fantastische Ziel ab. Ich habe den letzten Aktion kein Schaden zugefügt. aber jetzt gibt es ein massiv action sammeln weh ihr lasst euch fressen ah einer hat mich noch vergessen da hat mir ein jedoch nicht sehr gut es ist immer noch ein bisschen verschwunden der umfeld rum sein muss so neuer muss so wie es aussieht er hat macht Dauer voll und er trifft auch noch da was für eine reichweite wie viel haben wir verloren kaum was wenn ich jetzt nicht weiter mich so dumm anstelle aber jetzt macht er gerade wieder sein Löchlein das heißt ich kann eigentlich in Ruhe pflücken und hoffe ich werfe mich was wenn man nicht zu viel pflückt kommt man wieder auf A und A ist ja wie bekanntlich auch zum Werfen da also muss ich näher ran um mir ein bisschen Schaden zu füren also muss ich näher ran um mir ein bisschen Schaden zu füren oder ich hätte mehr gelbe Pflücken mitnehmen sollen oder ich hätte mehr gelbe Pflücken mitnehmen sollen ich hoffe er braucht jetzt nicht hier sein Megatürmchen dass er jetzt endlich mal Schaden kriegt er macht ein Loch hätte ich jetzt nicht damit gerechnet aber dafür sind ja eigentlich die Bomben da aber ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden komm schon ein Würmchen erreichen sie ihn ja ein paar mehr reicht aber es ist jetzt nicht die große Masse dann schaden ich ja auch vielleicht sollte ich mich hier wirklich noch mal nach dem Bomben umgucken aber sonst sind die gehen da auf dem Radar habe ich einen gelben Punkt aber das war das letzte Mal was verschwunden war sehr gut ne aber ansonsten sagt Mineral da nicht das ist nicht das ich irgendwelche Bomben habe hätte ich sie halt mitgeschleppt oder die ist mir schon ein bisschen auf die Keppen mit dabei also offiziell ich richte zu wenig Schaden an das heißt Motivation spray vor der Willen 91 ich muss wieder welche auch da sind sie so einer müsste da irgendwo rumspacken komm mal her mein kleiner so als nächstes wenn er kommt hauen wir gleich das Motivationsspiel rein so und jetzt gibt's Action Baby ich komm nicht ran ich werd jetzt und wie ich herangekommen bin jetzt komm mal her ich komm jetzt mal her ich hab ja ja auf geht es liegen und hier ist noch mal motivation spät so das problem ich muss die armee erst mal wieder sammeln aber an sich war die aktion ja schon sehr schön die wir zugelegt haben gut ein bisschen gefressen ich muss mithelfen da habe ich jetzt so viel verloren sie nur ein toten na gut das schaffe ich in der zeit noch kommt schon der wohn ja eigentlich hat auch gebrochen wir sind wieder bei 90 ich habe ein gutes gefühl das habe ich auch zu mir kommen wenn man schon zu mir kommen ist ein harter kampf kratzer ist noch so locker mäßig aus ich hoffe das terraforming wird hier bald beendet sein und der wohn geht drauf ungünstige position für uns na klasse nein ich wollte keine medikation spät rein machen war ein gewaltiger fehler gerade die sonne geht schon unter ja das ist ja mal aber noch lange er noch anfängt hier groß zu fressen wenn der krater jetzt nicht gleich größer wird können wir noch auswählen haben vielleicht doch eine chance ist ihm weg zu fressen so jetzt schnell hinterher aufhören zu pflücken wir müssen hinterher kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon los hinterher mit euch maximal schaden hat nicht funktioniert Ich bin motiviert, den Typen noch zu kriegen. Los, 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 los. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, die Pikmin wieder aufzusammeln. Sollte ich mir aber nehmen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Lasst euch nicht fressen. Verdammt. Ja, den ist nicht mehr zu helfen. Den wir hinten schon noch. Und vielleicht noch schnell flütteln. Ich hoffe, er macht doch mal eine dumme Aktion jetzt. Oh, nicht ich. Hier verlieren Pikmin, das ist mir bewusst. Komm, wird groß. Zehn Sekunden noch. Das ist ein Witz, oder? Ja, genau. Und er hat genau auch nicht. Das war's. In den letzten zehn Sekunden. Schnell noch die Pikmin aufsammeln, die ich kann. Die noch frei rumliegen. Und dann würde ich sagen, mache ich am nächsten Tag erstmal hier Beute. Die schöne Wassermelone. Ja, ich war zeitlich ein bisschen sehr knapp dran. Dumm gelaufen. Aber nicht so schlimm. Wir haben den Wurm gekriegt. Nachdem man das letzte Mal so dermaßen, ich sag mal, in den Arsch getreten hat. Ja, mal alles wegtreten. Dieser dämliche Wurm. Haben wir den mal ordentlich, naja, äh, doch schon die schwierige Visage polieren. Bin ein bisschen stolz auf mich. Ach je, heute keinen Namen gefunden. Na komm. Ist noch genug da. Wir können auch jederzeit wieder eine Pikmin-Armee aufbauen. Wir haben zwar Verluste erlitten, aber, ich sag mal, das war's wert. Damit ist Tag 17 beendet und, ähm, ich freue mich auf den nächsten Tag.